Zu Beginn des Jahres 1980 ist das Scheitern der nach dem salvadorianischen Oktoberputsch 1979 berufenen ersten Reformrunta offenkundig. Alle glaubwürdigen Zivilisten haben sich aus dem Regierungsausschuss zurückgezogen. Man macht weiterhin Reformversprechen, doch dem widerspricht eine Staatspraxis der blutigen Unterdrückung im Dienste der Oligarchie. Allein im Januar werden 300, nach anderen Quellen gar 500 Menschen, Opfer politischer Gewalt. Am 17. Februar 1980 wendet sich Erzbischof Oscar Romero mit einem Brief an US-Präsident Jimmy Carter. Sehr geehrter Herr Präsident, mit Sorge betrachte ich die Nachricht, dass die Regierung der Vereinigten Staaten die Möglichkeit erwegt, die Aufrüstung El Salvadors zu fördern durch die Entsendung von Militärberatern, die die salvadorianischen Bataillone in Logistik, Kommunikations- und Nachrichtentechnik trainieren sollen. Da ich als Erzbischof der Erzdiözese San Salvador die Pflicht habe, darüber zu wachen, dass in meinem Land Glaube und Gerechtigkeit herrschen, bitte ich Sie. Wenn Sie wirklich die Menschenrechte verteidigen wollen, dann verhindern Sie diese Militärhilfe für die Regierung von El Salvador und garantieren Sie, dass Ihre Regierung nicht direkt oder indirekt mit militärischen, wirtschaftlichen und diplomatischen Pressionen in das Geschick des salvadorianischen Volkes eingreift. In Interviews und Predigten der nachfolgenden Zeit klingt wiederholt die Möglichkeit des Martyriums an. Bringt uns nicht länger mit Gewalt zum Schweigen. Hört auf, uns zu töten, die wir versuchen, eine gerechtere Verteilung der Macht und der Reichtümer unseres Landes zu erreichen. Ich spreche von uns, denn diese Woche erreichte mich die Nachricht, dass ich auf der Liste derer stehe, die nächste Woche eliminiert werden sollen. Aber seid gewiss, dass niemand die Stimme der Gerechtigkeit töten kann. Ich habe häufig Todesdrohungen erhalten. Ich muss aber sagen, als Christ glaube ich nicht an den Tod ohne Auferstehung. Wenn sie mich töten, werde ich im Volk von El Salvador wiedererstehen. Das sage ich in größter Aufrichtigkeit. Als Hirte bin ich kraftgöttlichen Auftrags dazu gehalten, mein Leben für die zu geben, die ich liebe. Und das sind alle Salvadorianer, auch die, die mich umbringen wollen. Wenn sie dazu kommen, mich zu töten, können sie ihnen sagen, dass ich ihnen verzeihe und die segne, die es tun. Hoffentlich kommen sie zu der Überzeugung, dass sie ihre Zeit verschwenden. Ein Bischof wird sterben. Aber die Kirche Gottes, die das Volk ist, wird niemals untergehen. Am 23. März 1980 ruft Romero in seiner Sonntagspredigt die Soldaten und andere Sicherheitskräfte auf, Befehle zum Töten zu verweigern. Brüder, ihr gehört zu unserem Volk. Ihr tötet eure eigenen Brüder unter den Bauern. Wenn ein Mensch euch befiehlt zu töten, dann muss das Gesetz Gottes mehr gelten, das da lautet, du sollst nicht töten. Kein Soldat ist verpflichtet, einem Befehl zu gehorchen, der gegen das Gesetz Gottes gerichtet ist. Ein unmoralisches Gesetz verpflichtet niemanden. Es ist höchste Zeit, dass ihr auf euer Gewissen hört. Die Kirche, die Verteidigerin der Rechte Gottes und der menschlichen Würde, kann angesichts solcher Abscheulichkeiten nicht schweigen. Wir wollen, dass die Regierung sich darüber klar wird, dass Reformen, die mit so viel Blut befleckt sind, zu nichts taugen. Im Namen Gottes und im Namen dieses leidenden Volkes, dessen Klagen von Tag zu Tag lauter zum Himmel steigen. Die Zeitungen bringen am nächsten Morgen hetzerische Schlagzeilen. Monsignor Romero fordert Soldaten der Armee zur Insubordination auf. Erzbischof begeht Delikt. Oskar Romero weiß an diesem 24. März, dass sein Leben in Gefahr ist. Er feiert abends in der Kapelle des Schwesternkrankenhauses eine Messe und predigt. Es ist zwecklos, nur sich selbst zu lieben und sich vor den Gefahren des Lebens zu hüten. Die Geschichte stellt die Menschen in diese Gefahren. Und wer ihnen ausweichen will, verliert sein Leben. Nur was sich auflöst, trägt Frucht. Das Evangelium lehrt uns, dass es dem Menschen nichts nützt, die Welt zu gewinnen, wenn er sich selbst verliert. Romero geht mit wenigen Schritten zum Altar. Dort trifft ihn die tödliche Kugel aus dem Gewehr eines Auftragskillers. In Kreisen des Militär und der reichen Oberschicht wird mit Champagner auf die gelungene Mordattacke angestoßen. In dunklen Jahrhunderten, so erzählt man, starb irgendein Bischof auf Befehl des Königs. Mit seinem Blut bespritzte er den Kelch, weil er die Freiheit der Kirche gegen die Macht verteidigte. Das ist sehr gut, aber seit wann hat man nicht mehr erzählt, dass sie einen Bischof am Altar töteten, ohne von der Freiheit der Kirche zu sprechen, sondern nur, weil er sich an die Seite der Armen stellte und ihrem Hunger nach Gerechtigkeit eine Stimme gab, die zum Himmel rief, vielleicht muss man zum Anfang zurückkehren, zu dem, den sie wie einen subversiven Sklaven töteten. Über 100.000 Menschen aus dem ganzen Land finden sich am Palmsonntag 1980 zu Romeros Beerdigung in der Hauptstadt ein. Am Winkel des Nationalpalastes explodieren Sprengsätze und von dort kommen Scharfschützenangriffe. Deshalb muss die Messfeier vor der Kathedrale unter Massenpanik abgebrochen werden. Der Tag endet mit mehr als 30 Toten und ungezählten Verletzten. Das Attentat auf Oscar Romero hatte der in den USA militärisch ausgebildete Roberto Dobisson durch eine Hetz-Sendung im Fernsehen vorbereitet. Dieser oberste Drahtzieher des Bischofsmordes kann jetzt weiter zur Riege der führenden Politiker El Salvadors aufsteigen. Auch die von ihm zur Ausführung beauftragten Handlanger bleiben unbehelligt. Der 1980 längst bestehende Bürgerkriegszustand im Land lässt sich nicht mehr umkehren. Die Vereinigten Staaten finanzieren den Krieg des Militärs zugunsten der Oligarchie mit drei Milliarden Dollar. Romeros Nachfolger wird dazu anmerken, die USA liefern die Waffen und wir liefern die Toten. Mehr als 75.000 Menschen kommen in den nächsten zwölf Jahren auf gewalttätige Weise ums Leben. Über 90 Prozent der Gräueltaten gehen laut Bericht der Wahrheitskommission auf das Konto der Armee. Bis heute belastet ein Gewalterbe Sondergleichen die salvadorianische Gesellschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017